Mary, Überraschung! Ich weiß jetzt, warum du sauer auf mich bist. Gary, ich bin nach Hause gefahren. Ich liebe dich. Aber du musst dich entscheiden. Bist du ein Mann oder ein Muppet? Wenn ich mich hier so betrachte, stelle ich mir eine Frage. Welche Richtung soll ich nur gehen? Dann werde ich sehen. Bin ich ein Mensch oder bin ich ein Muppet? Bin ich ein Muppet? Bin ich ein Mann von einem Muppet? Bin ich ein Muppet oder bin ich ein Mann? Bin ich ein Mann, dann bin ich ein Muppet von einem Mann. Ein Muppet von einem Mann. Seh ich in mein Gesicht und ich erkenne nicht, wer ich tatsächlich bin. Da steckt ganz tief in mir drin. Bin ich ein Mensch oder bin ich ein Muppet? Bin ich ein Muppet? Bin ich ein Muppet? Bin ich ein Mann von einem Muppet? Mann von einem Muppet. Bin ich ein Muppet? Muppet! Oder bin ich ein Mann? Bin ich ein Mann? Bin ich ein Mann, dann bin ich ein Muppet von einem Mann. Ein Muppet von einem Mann. Das ist wirklich schwer. Oh nein, ich hab nicht mehr viel Zeit. Ich glaub, ich bin nun so weit. Jetzt weiß ich genau, wer ich bin. Ich bin ein Muppet von einem Mann. Ich bin ein Muppet von einem Mann. Es tut mir so leid. Oh, Gary. Das weiß ich jetzt. Okay.